Man sollte auf jeden Fall authentisch sein. Das ist das Wichtigste im Leben, dass man das verkörpert, was man ist. Nur so kann man sich wohlfühlen und nur so kann man sich auch weiterentwickeln. Man kann es nie allen Menschen recht machen. Von daher wird es immer Menschen geben, die einen dafür lieben, wie man ist. Und es wird auch Menschen geben, die einen nicht mögen, so wie man ist. Aber sich zu verstellen, das finde ich ganz, ganz schlimm und das finde ich auch traurig. Ich glaube, das hält man noch auf Dauer nicht wirklich gut durch.